Sag Hallo zu Reichtum und Wohlstand. Geld kann man angeblich nie genug haben. Zu wenig ist eindeutig schlecht und zu viel, tja, dieses Luxusproblem kennen in der Tat nur die wenigsten von uns. Doch lass uns dieses Thema mit dem nötigen Ernst betrachten. Geld macht nicht glücklich, doch ohne Geld ist leider alles nichts. Wir tun also ganz gut daran, den schnöden Mamon nicht gering zu schätzen, auch wenn er für viel Leid und Elend auf der Welt sorgt. Er ist der Zankapfel Nummer 1 bei jedem Familienstreit. Und die meisten Trennungen schrammen früher oder später an diesem Thema vorbei. Wir möchten, dass Du für unser heutiges Gedankenexperiment alles vergisst, was Du Dir jemals zum Thema Geld gedacht hast. Die meisten Menschen haben eine Meinung dazu und unglücklicherweise keine sehr gute. Doch genau hier setzt das Gesetz der Anziehung an. Wer Geld in sein Leben ziehen möchte, muss Geld mit positiven Assoziationen und Gedanken belegen. Es als Erzfeind zu betrachten, wird es höchstens erfolgreich in die Flucht schlagen. Wir zeigen Dir heute mit ein paar ganz einfachen Mitteln, wie Du Reichtum jeden Tag manifestieren kannst und das mit einem Zeitaufwand von nur 10 Minuten. Wenn Du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Wir haben es eingangs schon erwähnt, aber dieser Punkt ist wichtig und bildet sozusagen die Voraussetzung dafür, dass Dir das Manifestieren von Geld gelingen kann. Du musst es irgendwie schaffen, Geld zu Deinem besten Freund und Deiner liebsten Freundin zu machen, jedenfalls in Deiner Vorstellung. Verbanne alle negativen und missgünstigen, neidvollen und destruktiven Gedanken Reichtum betreffend aus Deinem Kopf. Vermeide Allgemeinplätze und Vorurteile, wie Geld verdirbt den Charakter oder Geld macht nicht glücklich. Du musst Dich notfalls dazu zwingen, dass viele Gute, Schöne und Positive zu sehen, dass jemand wie Du mit Geld bewegen könnte. Bevor Du mit der 10-Minuten-Übung beginnen kannst, übe Dich ein wenig im Meditieren. Es klingt nämlich leichter, als es ist, ein paar Minuten lang an absolut Nichts zu denken. Du brauchst diese Vorübung, damit das Visualisieren und das Ausformulieren von positiven Affirmationen gelingen kann. Nimm Dir dafür täglich ein paar Minuten Zeit. Bereite Deinen Geist auf die angenehme Lehre vor, die ihn bald schon erfüllen wird. Genieße die Ruhe und Entspannung. Nur ein entspanntes Mindset kann Höchstleistung liefern. Und wenn wir Geld anziehen möchten, brauchen wir jede Kraftanstrengung, die wir aufbringen können. Nr. 3 Positive Affirmationen oder Das Geld hört auf Dein Kommando Überlege Dir, was Du mit dem Geld an Projektionsfläche anbieten könntest, um Dich sozusagen unwiderstehlich zu machen. Geld folgt nur dem Gesetz der Anziehung. Es ist ihm egal, welcher Mensch nach ihm verlangt. Also musst Du Dich hier besonders hervortun. Sätze wie »Ich bin ein Geldmagnet« oder »Reichtum und Fülle fließen mir zu« sind die Klassiker. Du kannst sie Dir denken, laut aussprechen oder notieren. Wichtig ist die positive Formulierung. Das Universum kennt Wörter wie »kein« oder »ohne« nicht. Wenn Du Dir keine Schulden wünschst, wirst Du Schulden anziehen. Wer mehr haben will, sollte sich zuerst einmal ganz dringend mit dem beschäftigen, was er schon hat. Im Fall von Geld sind ein paar Münzen im Portemonnaie schon ausreichend Grund, um dafür dankbar zu sein. Viele Menschen auf der Welt haben nicht einmal das. Am besten baust Du eine Dankbarkeitsübung oder ein entsprechendes Ritual fix in Deinen Tagesablauf mit ein. Wenn Du das Glück hast, eine Münze auf der Straße zu finden, zelebriere dieses Ereignis wie ein Fest. Das Geld zeigt Dir damit ganz deutlich, dass es den Weg zu Dir sucht. Es will in Deine Nähe, also sei offen dafür. Der essentielle Bestandteil der 10-Minuten-Übung zum Manifestieren von Geld ist das Visualisieren. Dabei gilt es, mit allen Sinnen das Geld willkommen zu heißen. Stell Dir die Banknoten vor, Deinen Kontostand, all das viele schöne Bargeld und noch mehr. Spüre, wie das Geld sich in Deinen Händen anfühlt. Und visualisiere seinen Duft. Hör die Münzen klimpern und stell Dir vor allem all die schönen Erlebnisse vor, die das Geld Dir und anderen bescheren wird. Nummer 6. Chancen mehren sich, wenn Du sie ergreifst. Geld zu manifestieren bedeutet nicht, dass es morgen vor Deiner Türschwelle liegt oder auf magischen Wegen auf Deinem Konto landet. Das Universum wird aber dafür sorgen, dass sich Dir gute Gelegenheiten und einmalige Chancen bieten, um an mehr Geld zu gelangen. Nutze jeder Einzelne davon. Ohne Dein Handeln und ohne aktives Zutun wird es auch hier keinen Erfolg geben. Bleib wachsam, offen und flexibel. Nummer 7. Die 10-Minuten-Technik Such Dir einen ruhigen und komfortablen Ort und setz Dich hin. Stell den Timer einer Uhr auf 10 Minuten. Schließe die Augen und atme zur Entspannung ein paar Mal tief ein und aus. Wiederhole den Satz, ich manifestiere Geld mit Leichtigkeit und Freude die gesamten 10 Minuten dünn durch. Spüre die Aufregung, aber auch die Dankbarkeit, ganz so als ob Du das Geld bereits in Deinen Händen hältst. Bleib fokussiert und vermeide jegliche Ablenkung. Unser heutiges Fazit Geld bedeutet Freiheit und sie ist unbezahlbar. Hör auf damit, das Geld zu verdammen. Es kann nichts dafür, wenn es in falsche Hände gerät. In den richtigen Händen kann man sehr viel Gutes damit anstellen. Du selbst entscheidest, was Du mit Deinem Reichtum anfangen willst. Brauchen wirst Du Geld immer. Daher freunde Dich lieber mit ihm an, sonst wirst Du es lebenslang jagen müssen wie einen Geist. Sei Dir im Klaren darüber, was Geld in Wahrheit für unser Leben bedeutet. Es ist der Schlüssel zur Freiheit. Hast Du genug Geld? Kannst Du das mit Deinem Leben und Deiner Zeit anstellen, was Dir Freude bereitet und Dein Herz erfüllt. Gib dieser 10-Minuten-Technik des Manifestierens von Geld eine Chance. Was sind schon 10 Minuten Deiner Zeit, wenn sie Dir früher oder später das größte Geschenk von allen bescheren? Deine Freiheit. Sie ist keine Selbstverständlichkeit und ihren wahren Wert lernen wir erst kennen, wenn wir sie verlieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!